Bitte Gott, schick den Heiligen Geist um, meinen Sohn zu retten. Aufstehen. Frühstück ist in zehn Minuten fertig. Und ich werde es nicht zweimal sagen. In unserer Stadt halten alle fest zusammen. An diesem Ort kennt jeder jeden. Hey, Mrs. J. Hey, wie geht's euch? Wir sind immer füreinander da. Schöne Predigt, Pastor. Was haben Sie denn heute noch so vor? John hat ein Basketballspiel. Ich hab ihn hier schon ein paar Körbelwärten sehen. Der Typ ist echt mega. Schreib deiner Mom, wann und wo sie dich morgen abholen soll. Und, äh, mach ja keine Dummheiten. Hab euch lieb. Hey, Jungs, runter vom Eis! Wir trainieren für Olympia, Sir. Cindy. John! Er ist seit 15 Minuten unter Wasser. Das wird eine Bergung und keine Rettung. Da ist etwas. Wir haben ihn! Wir haben alles Mögliche getan. Wir können leider nichts mehr für ihn tun. Nein, nein, nein! Bitte Gott, schick den Heiligen Geist um, meinen Sohn zu retten. Ein 14-jähriger Junge aus St. Charles, der 15 Minuten unter Wasser war, kämpft im Krankenhaus weiter um sein Leben. Ich glaube nicht, dass John die Nacht übersteht. Sie kennen meinen Sohn nicht. Er ist ein Kämpfer. Ich bitte Sie, Ihr Bestes für John zu geben. Und den Rest überlassen Sie Gott. Du bist mein Stolz und mein Glück. Ich kann es nicht erwarten, dich wieder Körbe werfen und über das Spielfeld rennen zu sehen. Seine Familie bittet nur um eins. Beten Sie für John. An dem Tag im See, da wollte ich schon aufgeben. Aber dann hat eine Stimme gesagt, geh zurück. Entweder bin ich verrückt oder Gott spricht zu dir. Aber ich glaube nicht an Gott. Ich glaube, aber vielleicht reicht das in so einer Situation nicht aus. Ich bin Ihr Pastor. Ich werde Ihnen bis zum Schluss zur Seite stehen. Hier unsere Facebook-Seite. Sie ist online. Tommy? Ich hoffe, dass er wieder aufwacht. Wir können das nicht allein durchstehen. Egal, was du für mich vorgesehen hast. Oder für Brian. Oder für John. Ich nehme es an. Breakthrough. Zurück ins Leben. 2019 nur im Kino.